Freunde, willkommen zurück im Dunkeln, Resident Evil 7. Wir sind immer noch im ersten Teil. Da stecke ich drin. Ich bin gerade von meiner Perle ganz schön massakriert worden, aber nicht auf die schöne Art und Weise. Wollen wir das mal weitermachen? Ich habe voll Bock. Ich auch. Nicht. Ich finde das lustig. Das ist nicht lustig. Hast du dein Mikrofon an? Ja, haben wir das. Selbstverständlich, ne? Ich denke. Ich sehe es nicht. Ich sehe hier gerade Optionen. So. Mittlerweile habe ich das auch schon fast raus, wenn man die Brille gut aufsetzt. So, Aushütte sind drin. Controller, sind wir soweit, ne? So. Ach, guck mal. Ja, ich habe schon gar keinen Bock. So, wir müssen jetzt hier runter wahrscheinlich, ne? Oder? Was haben wir gesagt, was wir machen müssen? Die hat gesagt, ich muss irgendwas... Ich habe hier noch mal rein. Ich komme mal auf, wenn da noch irgendwas drin ist. Hier? Ne, nicht da. Da geht es ja runter. Ah, da soll ich nicht hingehen? Wo waren meine Perle jetzt noch mal hier? Die habe ich ja abgewurzt, ne? Die ist ja... Hä? Liegt die da nicht mehr? Mehr. Neh, mal besser die Axt. Ohne Scheiße, ich habe der gerade doch die Axt in die Schulter gehauen, oder nicht? In den Hals. Ja. Ja, noch besser. Hier mal aufmachen. Ach, jetzt war das Klo, ne? Jetzt war das Klo. Da ist bestimmt... Oder ist die da drin vielleicht? Vielleicht sitzt du in der Badewanne, guck mal mal. Richtig, doch. Na? Schnecke? Ohne Scheiße, wenn das Spiel noch spannender wird als jetzt hier. Also das ist doch nicht... Das ist doch eine Kameraführung, ne? Bitte? Aber macht mich schwindelnd. Meine Kameraführung macht dich schwindelnd? Was soll ich sein? Ich habe die Bühne auf. Also, weil ich mit dem Stick immer so mache, oder was? Das hier? Oder speichert. Jetzt kommt hier gleich wieder. Der speichert, der halt Penner. Das verrät das Spiel natürlich so ein bisschen, ne? Wie kann ich denn mit der Axt hauen, eigentlich? Das hat mir keiner gesagt. Oder mit R2, ne? Ach, ja, genau. Habe ich ja vorhin gemacht. Oh, jetzt. Du musst doch schon wissen, wo du bist. Ja, ja, da ist das Wohnzimmer. Aber ich will da gar nicht reingehen. Wo soll ich hingehen? Sag mal. Da ist doch ein Bolzen, Schneider jetzt, ne? Ja. War hier irgendwo? Die Tür? Da hat es doch mal... Schrank, wo eine Kette vorst. Ach ja, am Anfang, ne? Da muss ich hier um die Ecke gehen. Ey, ohne Scheiße. Ich habe voll keinen Bock mehr. Ehrlich nicht. Vorhin, als ich hier war, war aber auch noch hell draußen, ne? Ist Winter wahrscheinlich. Da wird es relativ schnell dunkel. Aber das ist schon clever, wie du so kombinieren kannst. Das ist gar nicht so doof. Respekt, Gerlina. Das ist sowieso eine gute Sache. Ich finde, man sollte immer einen Bolzen schneller dabei haben. Guck mal. Und sehen so Sicherungen aus, ne? Beim Auto sind die kleiner. Wo war das denn jetzt im Wohnzimmer da mit dem Fernseher, ne? Höh! Alter, da geht die Perle. Boah, ist das scheiße, ey. Ist das ein Drecksspiel. Ehrlich, Mann. Das ist doch kacke. Und jetzt gehe ich da wieder um die Ecke, dann attackiert die Blöde. Ich hätte es jetzt fast gesagt. Dann attackiert die mich wieder. Ich sage ja immer, besser Single bleiben, ne? Stress vermeiden. Kommt die da jetzt? Ohne Scheiße. Wo bist du hingegangen? Ich habe keinen Bock, dass die jetzt da rausspringt und mich wieder erschreckt, ey. Das ist doch scheiße. Oh, was soll ich noch meine Hand? Jetzt muss ich doch hier in die Sicherung rein. Ohne Scheiße, Mann. Boah, das ist so kacke, ey. Was hat so was frei mit dir? Aber dann geht doch nicht an, wenn ich die Sicherung jetzt da reinschicke, oder? Ja, wer es glaubt, wahrscheinlich, ne? Jetzt kommt die. Haha! Jetzt? Ja toll, die ist jetzt geht nicht aus! Achso. Toll. Du bewegst dich ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja, und jetzt? Die kommen! Und jetzt hast du sie dabei. Die kommen! Die kommen! Das war nur ich. Ne, da ist doch einer. Damit haue ich, ne? Ich schaue schon mal vorsorglich. Was? Was? Ja, das warst du. Das sieht man gar nicht. Ne, so kommst du nicht raus. Was? So kommst du nicht raus. Ich komm nicht raus. Durch die Axt durch die Wände. Achso. Ach man, ich will hier nicht... Oh, die kommt doch jetzt. Wo muss sie lagen? Du sollst im Dachboden. Hat sie dir am Telefon gesagt. Ach ja. Hab ich schon wieder vergessen? Oh, ich will hier nicht weh tun. Oh, ich weiß, du hättest mir nicht weh tun. Guck mal, der hat meinen Arm. Und jetzt, jetzt schützt er sich meinen Arm wieder. Was ist das denn? Was ist das für ein Scheiß? Ich will mit der Axt drauf. Er ist schon wieder. Was ist das denn jetzt? Er ist dann wieder. Was mach ich denn hier die ganze Zeit? Ich bin Jesus jetzt hier. Guck mal. Jetzt hast du schon mal eine Kontistrierung verpasst. Was ist denn jetzt hier los? Gut, mal schla... Äh, Optionskraft. Ja, die hat mich jetzt hier an die Wand genagelt. Ach ja, klar. Genau. Was ist meine Axt? Alter, was ist das denn? Ihhh. Das ist doch eklig. Ja, Fick. Hab ich jetzt keine Hand mehr. Äh, super. Oh, guck mal, das spürzt da so raus. Das sieht aber nicht gut aus, ne? Das ist mehr so wie Ketchup. Ach, boah. Was ist das für ein ekliges Spiel, ey? Mal ganz im Ernst. Ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ich das gerade so verpasst hab. Guck mal, wie geht das jetzt? Das ist doch scheiße. Das ist doch so was verkauft werden darf. Gibt sich solche Spiele, die so indiziert sind, die so zu eklig sind? Ja, halt, komm, nimm mal mit. Ab ins Inventar, ab im Rucksack, damit. Kann man immer mal gebrauchen, vielleicht. Keine Axt ist weg. Hier ist der Hoch, ne? Springt ihm jetzt schon wieder entgegen? Ich weiß nicht. Ich muss meine Dorel so ein bisschen presser machen, vielleicht. Ich mach das gerne so mit den Dingens, weil dann kann ich schneller rumdrehen, weißt du? Mal draufdrücken. Klasse, das ist doch schon mal cool. Aber elektrisch, ne? Das hab ich hier zu Hause nicht. Du hast auch kein Dachboden, ja? Das stimmt. Soll ich nochmal speichern nach vorne, oder? Oder ist das eigentlich notwendig? Nee, ist das nicht. Nee? Mach mal, du schaffst halt schon. Ich will das nicht mehr spielen. Guck mal, ohne Scheiß, da kommt ja schon wieder so... Die kommt vielleicht mit, die Pferde. Vorsicht, ich den Fuß stoßen, ne? Das ist geil, immer wenn gespeichert wird, da weißt du schon Bescheid, jetzt kommt wieder irgendein Kack. Die kommt da rausgesprungen, jetzt wieder gehichtet. Meine Axt ist weg, ich hab gar nichts mehr. Ich renne hier rum. Soll ich da rein? Ach komm, Munizio. Ah, cool. So, und das ist schon mal geil. Okay, gut. Ja, ein Revolver reicht dir, ne? L2 zielen. L2 angraubt. Krieg ich hin. Lötst du hin? So, voll, ne? Jetzt gibt mir die Flach gerade, ne? Ich bin gespannt. Ciao. Kommt jetzt direkt einer? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Komm, steh nicht rum, da. Wo mich vorhin das gleiche vorbei ist, ey. Ich sag dir, ich spiele das nie mehr wieder. Auch kein anderes Spiel. Also so ein Horror-Kack mit dieser Brille auf. Oh, ich glaube, das machen wir öfter. Nein! Du vielleicht nicht. Ja, die kenne ich auch aus der Demo. Die Puppen, da waren die auch schon. Da war auch immer schon. Ich sag mal, aber weiter rum. Ja? Ich hab' mit dem Dachbogen. Nee, damit bist du ja gar nicht hochgekommen. Ach so. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, klar. Natürlich geht die Tür zu. Und natürlich muss ich jetzt noch eine Nummer höher hier verscheiden, oder? Das ist ja dein Weg nach draußen. Du sollst ja mal ein Dachbogen raus. Ist hier noch irgendwas? Wichtiges? Nein, warum? Ich will jetzt ja nicht rein gehen. Was? Ich mach' jetzt nicht mal. Was? Du machst das nicht besser? Ach, guck mal, Lara. Kann ich damit kämpfen? Oh, ich krieg' mal viel Munition, ne? Da gibt gleich noch ein richtiges Geballer hier. Ja, genau, da war auch wieder irgendwas. Ich sag' dir nur vorher, mit vier Ecken lebt zu nach. Hier war der linke Knopf, ne? Ja. Das vergisst man schon mal schnell. Ich geh' sich aus. Und ich kann ja auch nicht so schnell drauf drücken. Weil, was ich mit dem Lach habe, ist ein bisschen. Damit flanke ich bei FIFA, ne? Oh, was ist das? Ah! Ich krieg's nicht drauf! Durchgeschießen, durchgeschießen, durchgeschießen! Auf den Kopf! Auf den Kopf! Ich krieg's! Ich kann nicht! Ich kann nicht schießen! Das lässt mich nicht! Lass! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Wo ist die? Ich kann nicht nachwarten! Der lädt nicht nach! Erste Hilfe! Nimm er es nicht! Wie denn? Er eins! Er eins! Und wir gehen uns um. Du zielst mit der Brille. Okay. Wenn doch auch leicht stillen sollt's. Alter, wie viele Headshots tut man denn verteilen denn? Na klar, na klar, na klar, na klar, na klar. Na klar, na klar. Ich seh das immer nicht. Wie lange lebt denn der Spaß die nach? Alter, ist das scheiße. Ich kann nicht mehr. Ja toll. Ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Schutz mehr, der macht gar nicht mehr. Ja toll. Hier. Hier. Ich weiß nicht doch, dass das Leben ist. Na klar. Ja, hier im Ober wahrscheinlich. Toll. Ich hab doch schlecht geschossen, ja? Aber ich hab ein paar Mal den Kopf getroffen. Was war das öfter? Jetzt hab ich aber nicht gespeichert. Aber der hat alleine gespeichert. Ja. Wie alle Frauen. Sie muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Das ist wirklich, das sind Rektionen fürs Leben, die man gelernt, ne? Das ist ja doch ein sinnvolles Spiel. Weil jetzt muss ich hier wieder rein in die Munition holen, ne? Genau. Ganz selber und einfach normales. Okay, das ist ja cool, dass ich das jetzt hier... Aber ernsthaft, das ist... Das... Ich find schon doof, dass der nicht von alleine nachlädt irgendwie. Ja, ein bisschen muss ja auch was machen, oder? Ja, nein, aber das ist doch logisch. Wie lange lebt der nach? Oh Gott. Und wie war das nochmal? Wie kann ich R1 heilen? R1 ist heilen. Okay. Und das... Das ist eigentlich ganz cool, dass man ja somit zielt. Besser als mit dem zweiten Stick, finde ich. Aber man muss sich auch daran erst mal bewirken, ne? Toll, ja, weißt du, der erste Kampf, in dem ich wirklich was machen kann, schon kurz. Natürlich. Aber es ist auch eklig, ey. Dann holt die da die komische Kettensäge, da die blöde Olle. Es ist jetzt aber angenehm, zu wissen, dass hier jetzt nichts passiert. Glaube ich zumindest. Kann ja sein, dass das irgendwie Zufall ist. Da vorne war noch Munition, ne? Ja, ja. Mach die Türe zu. Was soll's. Mach die Hand. Ja. Jetzt weiß ich ja auch, dass sie mir entgegenkommt. Was ich aber schon scheiße finde. Ist auch doof, zu wissen, dass er jetzt was kommt. Aber komm, okay. Ich weiß es. Deswegen ist es okay. Zielen, schießen. Okay, dann komm. Ich glaub, erst noch zu. Erst noch zu. Erst noch zu. Ja, okay. Gute Idee. So, jetzt? Heiß und fischen? Nee. Alter! Ich kann doch gar nicht so schnell wegblenden. Mach mal. Aber muss das sein, oder? Ach, das ist alles. Echt? So. Ihr ist mal gut, oder? Ja, mach mal. Wie oft? Ey, ihr müsst euch das machen. Komm dir ein. Komm dir ein. Komm dir wegrennen. Komm dir wegrennen. Komm dir wegrennen. Komm dir wegrennen. Ich bin auch weg. Ich bin auch weg. Ja, ich bin tot. Na, guck, ich kann nicht machen. Was soll ich doch machen? Das ist doch voll unrealistisch. Ich kann mich doch gar nicht beziehen, ey. Das war der erste Kampf. Und ich, weißt du? Ja. Jetzt mal ernsthaft. Ich bin vorher schon weggegangen. Hab ein paar Mal den Kopf getroffen. Und dann, ich kann ja nicht mehr wegrennen. Oh, ey, kommt mir einmal noch. Da habe ich schon genug. Neu starten. Den kannst du auch sagen, dann bist du auch da. Wo ich dann, äh, zuletzt. Ach, das ist dann? Sprechern konnte, oder? Das ist quasi mein erster Inbus, kann man sagen? Ja. Und danach, äh, sitzen wir noch schön an einem Tisch zum Abend. Aber dann ist so ein Teil, dann kann man speichern und so. Und dann überdienst du das bitte, ja? Ich hab nämlich, ich hab gar nicht so viel Bock mehr. Merkt man gar nicht. Aber wie kann ich denn vor der Perle wegrennen? Ohne Scheiß. Ich stehe dann immer an so einer Ecke und dann... Da stand ich vor, du kam nicht mehr weg. Und ich muss noch ein bisschen auch mal rennen hier dann so. Zack. Ein bisschen flinker, ne? Ja. Aber der ist aber auch echt lahmarschig, der Typ. Der lädt total langsam nach. Guck mal, der muss, um sich zu heilen. Oder scheiß? Der hat gerade eine Hand verloren. Ja. Okay. Aber trotzdem. Also der stellt sich schon ziemlich an für mich. Außerdem hab ich ja quasi seine Hand verloren. Ja. Du denkst dann, lauf einfach sofort erst mal. Ja genau. Also hier so ein bisschen hoch und dann... Und jetzt kannst du schon wieder... Jetzt schon zurück. Guck mal, der ist so jaffig nach hinten. So. Und jetzt? Da war ich erst mal. Ja, okay. Na, komm mal die! Oh, komm mal! Ich hab jetzt schon wieder verloren. Ich hab doch jetzt schon wieder verloren. Guck mal, der ist da hinten nach. Und jetzt? Ist das nicht gut? Weiß ich nicht. Kommt ihr nicht nach? Aber nach nach, genau. Guck mal, die kommt. Ja, guck mal nach. Also das hab ich auch noch nicht gemacht. Ich stelle schon mal in dem Rappen. So, oder? Ey, ohne Scheiß. Wie geht man echt auf den Sack jetzt? So, nach was? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Jetzt kommt. Ach, guck mal. Ey, das war voll der gute Trick, dass ich da rausgegangen bin. Eigentlich schon. Ist sie jetzt wirklich tot? Ohne Scheiß, die ist schon tausendmal gestorben. Kann ich sie nehmen? Nimm die doch, ey. Weißt du, da hat man schon mal eine Kettensiege vor sich liegen, dann nimmt der die nicht. Jetzt komm ich da gar nicht hoch. Vielleicht musst du mir doch so mit. Ach, wo wir ihn jetzt? Was? Ich muss nicht da oben raus. Hier runter wieder. Nee. Huch, 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 huch. Alter, was ein Weckträger. Das war der aus der W-Wollet-Penner. Welcome to the Family. Ja, tritt doch drauf. Was für ein Arschloch. So müsste Schalke mal gegen seine Gegner spielen. Weißt du, wenn ja Boden sind, noch drauf zu reden. Nur die Gegner sind seltsam hoch. Jetzt ist aber schwarz. Jetzt sehe ich nichts. Ist das normal? Das ist erstmal... Steht der jetzt? Ah, ein Video. Das ist schon mal gut. Da kann ich nichts machen. Das ist leider mal lange, ne? Komm schon, hilf uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Was ist die denn jetzt? Klar, Hand wird geklackert mal hinten kurz. Und diese Scheißuhr direkt natürlich an die kaputte Hand. Weil ich mir ja Rechtshänder muss ja Links sein. Das ist alles klar. So. Ende. Krass. Ende. Tschüss. Auf Norde. Oh, ich möchte nicht mehr. Oh. Wo bin ich? Was ist das? Was ist das? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Alter, der bewirft mich jetzt. Wer sind sie alle? Echt? Wo ist Mia? Ja. Boah, frisch. Ist das mit dir so? Ist das? Es ist gut. Was ist das für ein kranker Scheiß? Ist der? Ja, klar. Ja, genau. Ja, genau. Nicht schon wieder. Ja, machen die wohl öfter. Ja, ich ess doch schon. Ja, ich ess doch schon. Ja, mach ich ja. Was ist das für ein Scheiß? Ja, komm. Hm. Pilz. Das ist kacke. Ja. Genau, halt dein Maul. Ja, genau. Du bist ein Mistkerl. Ja, genau. Was ist das hier für ein Scheiß? Ja, was ist das denn? Sag doch mal, was das ist, bitte. Daniel Hartwig. Was ist das für ein Scheiß? Oh, der kommt auch. Oh, der kommt auch. Oh, 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 oh. Ich lebe noch. Oh, der wünschst du. Ja, ich ess doch schon. Ja, ich will doch essen. Na gut. Was ist das? Ich wette, es ist wieder dieser Kahn. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. Ja, cool. Du weißt mir, der Oma liegt müde, ne? Wo ist der? Also, und jetzt wird's nämlich auch wieder spannend. Was wird spannend? Für mich wird's jetzt auch wieder spannend. Wieso? Ach, wer ist das Ende? So weit bist du gekommen? Genau. Und jetzt kann man losgehen und... Jetzt bin ich hingefallen. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Wer schießt richtig? Ich hab nichts gemacht. Oh, gespeichert. Wirst du jetzt übernehmen dann? Wo möchtest du mal nochmal machen? Gerne. Ach so, gerne. Nee, ich würd echt voll gerne weitermachen. Aber, ähm, das soll jetzt auch nicht langweilig werden für dich. Weißt du, das ist ja auch so. Deswegen, ähm, kannst du jetzt auch gerne weiterspielen. Ich guck auch gerne zu. Nee, das mach ich. Das ist, ähm... Ich bin ja auch ein Kumpeltyp. Also, ich möchte ja nicht nur alleine den Spaß haben, ne? Ich, ähm, gönne dir da auch ein bisschen Fun noch. Ohne Spaß kein Fun. So, gut. Das ist also der erste Teil von Resident Evil 7. Ich lass mir jetzt erstmal vor Schrecken Bart wachsen und dann, äh... Machen wir später mal weiter. Irgendwann. Mal gucken.